Mein Freund Serge hat sich ein Bild gekauft. Ein Ölgemälde von etwa 1,60 Meter auf 1,20 Meter. Ganz in Weiß. Teuer? 200.000. 200.000? Ja. Du hast keine 200.000 für dieses Bild bezahlt. Ich wusste, dass du nicht verstehen würdest. Hast du für diese Scheiße wirklich 200.000 bezahlt? Ich heiße Yvon. Ich bin ein sympathischer Kerl. Erstört dich das nicht? Nein. Solange es ihm Spaß macht? Was soll das denn heißen, solange es ihm Spaß macht? Was soll diese Philosophie, dass solange es ihm Spaß macht? Wenn er niemand anderem schadet. Gefällt es dir? Ja, 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 ja. 200.000. Ah ja. Findest du, dass dieses Bild nicht weiß ist, Yvon? Nein, nicht ganz. Und was für eine Farbe siehst du? Ich sehe Farben. Und sprechen nicht diese Farben an? Ja, diese Farben sprechen mich an, ja. Ja, diese Farben sprechen ihn an. Das ist ein gutes Recht. Nein, dazu hat er kein Recht. Warum hat er dazu kein Recht? Weil du weißt, dass es dir im Augenblick nicht so gut geht. Vielleicht solltest du mal einen Arzt aufsuchen. Es gibt keine Farben. Aber sie sind jetzt in dich gefahren. Du siehst sie nicht. Und sie sprechen dich auch nicht an. Ah! Ach so. Ah! 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 Vielen Dank.